Wir sind Sonderanlagenbau- und Automatisierungstechniker. Wir bieten für unsere Kunden individuelle Lösungen an. Unser Ziel ist es immer, die Kunden zu begeistern mit unseren Lösungen. Mit unserer Anlage können wir Oberflächen mit Atmosphärenfroplasma vorbehandeln. Die Atmosphärenfroplasma-Vorbehandlung wird eingesetzt, zum Beispiel in der Automobilbranche, in der Medizintechnik und bei weißen Waren. Wenn die Bauteile im Nachfolge geklebt wird, wird die Struktur gereinigt werden. Mit der Plasma-Oberflächenbehandlung wird die Oberfläche unserer Bauteile im Überecht aufgeraut. Somit kann der Klebstoff besser haften und es wird kein Primer benötigt. Ein großer Vorteil bei dieser Anlage war es für uns, dass wir alles vom Feststube ziehen konnten. Das bedeutet nicht nur die Antriebstechnik, sondern auch die Software und die Steuerung. Somit kam alles aus einer Hand und wir hatten einen Ansprechpartner, auf den wir zugehen konnten. Mit dem Achssystem von Festo können wir mit einer hohen Genauigkeit unseren Baurahmen optimal ausnutzen und individuelle Werkstückkonturen realisieren. Über die integrierte CAD-Schnittstelle kann ein Programmcode schnell und einfach erzeugt werden. Wir haben uns für ein Achssystem entschieden, um eine einfache Lösung für unsere Kunden anzubieten und wir keine aufwendigen Roboterprogramme schreiben müssen. Wir schätzen ein Fest so sehr den engen Kundenkontakt und das schnelle Agieren bei Problemen und Lösungsproblemen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.